Stickstoffdünger europäischer Herkunft Wo und wie werden sie produziert? Mineraldünger spielen eine zentrale Rolle, um Landwirten die gewünschten Erträge und Erlöse zu ermöglichen und die Versorgung einer wachsenden Weltbevölkerung zu sichern. Aber woher kommen Mineraldünger eigentlich? Unter welchen Bedingungen werden sie produziert? Ist die Produktion nachhaltig? Werfen wir einen Blick auf die europäische Düngemittelproduktion im Hinblick auf die Umwelt, die wirtschaftliche Bedeutung und die Qualitätsstandards. YARA betreibt 20 Düngemittelwerke in ganz Europa und beschäftigt rund 7000 Mitarbeiter. Mehr als 10 Millionen Tonnen Dünger werden jährlich produziert. Die meisten unserer Produktionsstätten befinden sich dicht an Seehäfen, um den Transport von Rohstoffen und Endprodukten zu erleichtern. Lassen Sie uns nun eines unserer Werke genauer betrachten. Dieses befindet sich in Sluiskiel in den Niederlanden. In der 135 Hektar großen Anlage mit eigenem Hafen arbeiten 600 Jahre Mitarbeiter. Etwa 3500 weitere Menschen werden über externe Firmen indirekt beschäftigt. Das Werk ist in folgende Produktionsbereiche aufgeteilt. Ammoniak, Salpetersäure, Harnstoff, AHL und Ammoniumnitrat. Sluiskiel profitiert auch von einem Hafen mit Zugang zum Meer. Die vier wichtigsten Produktionseinheiten sind hier wieder schematisch dargestellt. In einer modernen Anlage wie Sluiskiel wird Ammoniak als wichtiges Zwischenprodukt in der Düngermittelproduktion aus Luftstickstoff und Erdgas erzeugt. Das Erdgas wird über die Nordsee in einer speziellen Pipeline geliefert. In mehreren Produktionsschritten wird Stickstoff aus der Luft mit Wasserstoff aus Erdgas verbunden, um daraus Ammoniak zu bilden. Werfen wir nun einen Blick auf die einzelnen Schritte bei der Produktion von Düngemitteln. Unter den gängigen Düngemitteltypen erfordert Harnstoff nur zwei Produktionsstufen. Die erste Stufe besteht darin, Luft und Erdgas in Ammoniak umzuwandeln. Im zweiten Schritt wird Ammoniak mit CO2 zu Harnstoff verbunden. Im Anschluss wird die Harnstofflösung in ein Granulat umgewandelt. Das im Harnstoff enthaltene CO2 ist jedoch nur vorübergehend gebunden und wird dem Boden wieder freigegeben. Die Produktion von Ammoniumnitrat erfordert einen zusätzlichen Schritt im Vergleich zu Harnstoff. Zuerst wird Ammoniak aus Luftstickstoff und Erdgas erzeugt. In einem zweiten Schritt wird Ammoniak zu Salpetersäure umgewandelt. In einem dritten Schritt wird Salpetersäure wiederum mit Ammoniak zu Ammoniumnitrat umgesetzt. Das Ammoniumnitrat wird dann getrocknet und granuliert. Die Ammoniumnitratlösung kann aber auch mit Calcium-Magnesium-Carbonat, bekannt als Dolomit, versetzt werden, sodass Cas entsteht. Mit Hilfe von Calcium-Sulfat kann Schwefel hinzugefügt werden. Bei der Herstellung von AHL wird einfach Harnstofflösung mit der Ammoniumnitratlösung gemischt. AHL ist nur in flüssiger Form erhältlich. Die Düngemittelproduktion ist energieintensiv und erzeugt daher Treibhausgase, vor allem CO2 und Lachgas. Die Energieeffizienz der europäischen Düngemittelproduktion wurde in den letzten Jahren deutlich verbessert. Deshalb betragen die Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union zum Beispiel im Vergleich zu China weniger als die Hälfte. Die Emissionen des Yara-Werks in Sluiskiel liegen wiederum nochmals deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. Die Stickstoffoxid ist ein sehr starkes Treibhausgas mit einer Wirkung, die 296 mal höher ist als die von CO2. Yara hat eine Katalysator-Technologie entwickelt, die die Stickoxid-Emissionen um rund 90% reduzieren und damit den CO2-Fußabdruck der Düngemittelproduktion deutlich senkt. Diese Technologie wird jetzt in allen europäischen Yara-Werken eingesetzt und auch anderen Herstellern zur Verfügung gestellt. Yara-Werke wie Sluiskiel reduzieren die Auswirkungen auf die Umwelt noch auf andere Art und Weise. CO2 und überschüssige Wärme aus der Produktion werden umliegenden Gewächshäusern zugeführt und stimulieren dort das Pflanzenwachstum. Yara liefert der Lebensmittel- und Getränkeindustrie CO2 für verschiedene Anwendungen zur Verfügung. Kohlendioxid wird auch in Trockeneis zur Kühlung umgewandelt und für weitere industrielle Anwendungen verwendet. Wärme aus der Produktion erzeugt Strom, der im Werk genutzt werden kann. In einigen Werken wird der Strom auch in öffentliche Netze eingespeist. Abwasser aus der Produktion wird biologisch gereinigt, die dabei entstehende Biomasse wird zum Beispiel zur Futterproduktion verwendet. Alle Yara-Produktionsanlagen arbeiten mit der besten verfügbaren Technik und sind nach den neuesten zulässigen internationalen Qualitäts-, Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards zertifiziert. Tägliche Kontrollen sichern eine konstante physikalische und chemische Produktqualität. Die fertigen Dünger werden über das Vertriebsnetz auf Straße, Schiene oder Wasser ausgeliefert. Ein steigender Anteil der Produktion wird in Big Bags und der restliche Teil lose ausgeliefert. Durch die sorgfältige Auswahl der Transportmittel vermindert Yara die Auswirkungen auf die Umwelt und sorgt gleichzeitig für höchste Produktqualität beim Erreichen des Hoftores. Die Yara-Werke in Europa zeichnen sich aus durch Zertifizierte Qualität und Sicherheitsstandards Nachhaltige Produktion und Schonung der Umwelt Zuverlässige Lieferung Lokale europäische Produktion und Beschäftigung vor Ort Erfahren Sie mehr über Pflanzenernährung und Düngemittel auf unserem YouTube-Kanal. 沒事 Einer Resort einer Einer Einer